Das ist Johannes Schlüter. Der 45-Jährige leitet das Seminar Populismus für Anfänger an der Wir-sind-das-Volks-Hochschule Chemnitz-Ost. Schlüter macht aus prolligen Provinzpöblern professionelle Populisten. So, Lektion eins. Ihr dürft nix von dem glauben, was ihr in der Zeitung lest, was ihr im Fernsehen seht und was man euch erzählt. Ihr müsst immer alles hinterfragen. Warum? Super, genau so. Nee, echt jetzt, warum? Ist halt so, Schnauze jetzt. Schlüter hat zwei Semester Angstblizistik studiert und anschließend in einer Geisterbahn gearbeitet. Beste Voraussetzungen für Lektion zwei, Angst machen. Um erfolgreich Ängste zu schüren, hab ich eine spezielle Technik entwickelt, und zwar die drei großen Vs. Das sind Vorurteile, Verallgemeinerung und Fremdenfeindlichkeit. Da schreibt man aber mit F. Echt jetzt? Danke, Merkel. Ah, scheiß drauf. Die Technik von den zwei großen Vs und von dem einen F geht jedenfalls so. Man behauptet zum Beispiel, in der Regel klauen sich Flüchtlinge Ziegen aus dem Streichelzoo, setzen denen ne Burg herauf und sagen, das ist ne deutsche Frau. Und dann heiraten die die und kriegen Bleiberecht. Und dann spielen sie noch Fußball, werden Messdiener und dann wirst du sie nie wieder los. So, und jetzt kommst du. Danke, Merkel. Richtig. In Lektion drei, Fackeln statt Fakten, geht es um postfaktisches Argumentieren. Fakten sind out, Gefühle sind in. Na gut, also so rein statistisch klauen die Flüchtlinge natürlich überhaupt nicht so viele Ziegen aus dem Streichelzoo. Aber gefühlt geht das in die Tausende. Und Gefühle sind die neuen Fakten. So, Mittagspause. Was? Das ist doch gerade erst Viertel nach zehn. Das sagen Sie, aber es fühlt sich an wie halb eins, oder? Doch, irgendwie schon. Stimmt. Tschüss, Leip. Johannes Schlüter. Ein Mann bringt Deutschland auf den rechten Weg. Danke, Merkel.